hallo 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 herzlichen willkommen zum neuen fortnite shop heute am sonntag den 11 september am start der neuen season in ein paar stunden ist es so weit wir gucken noch in den battle pass waren es uns heute nochmals in die letzten momenten noch kredenzen da haben wir das naomi osaka paket zurück das ist nach 115 tagen wieder am start ist eine nice Sache guckt wir uns mal an, haben wir den Skinnier, dann gibt es dazu Schläger, auch als Axt, dann haben wir hier die dunkle Priesterin Naomi, noch ein Schläger als Backblink, dann als Axt, dann haben wir hier noch ein Emote und einen Geleiter und noch einen Geleiter. Dann ist hier natürlich alles nochmal einzeln und wir haben in der nächsten Zeile unser Aurelia-Paket zurück, ist nach 32 Tagen wieder da. Machen wir das Skin, Backblink, die Axt, eine Lackierung und noch ein Ladebildschirm. Ja, ich erinnere mich noch, dass wir uns da die Sturmgewehr holen konnten, dann haben wir hier auch rum, ist nach ebenfalls 32 Tagen zurück. Hier noch so einen dunklen Stil und das Backblink dazu, das passt sich natürlich dann auch an. Dann haben wir natürlich der Skellebüren als Gleiter. Der hat auch den dunklen Stil hier noch kurz zu. So, dann haben wir die Sturmtruperin zurück. Nach 12 Tagen ist sie wieder da. Dann haben wir Schattenrubi, das Paket, Straßenschattenpaket ist zurück. Dann haben wir Backblink, den Schattenschlitzer und den Gleiter. Dann haben wir Zero, ist nach 34 Tagen zurück. Hier mit dem Schwarzen noch als Backblink. Dann haben wir noch die Nullpunktlackierung. Und in der nächsten Zeit haben wir die täglichen, das ist immer noch Dreamer. Ich weiß nicht, wieviel Tag das jetzt ist. Dann haben wir die Spähveteranin, die ist zurück nach Recon Expert nach 33 Tagen. Dann haben wir Sumpfmann, der ist nach 34 Tagen zurück. Eigentlich den ganzen Iserskin. Dann haben wir das Backblink dazu. Dann das Emote von gestern ist noch dabei. Dann haben wir extra Terrestrial, ist nach 12 Tagen zurück. Die Schatzkartenlackierung nach 32 Tagen. Und die Röstlichkeit ebenfalls nach 32 Tagen. Dann haben wir hier immer noch die Sommerlieblinge. Alle noch dabei. Duwe ist auch noch da. Und die Pakete und das Wasser mit dem Shop für heute. Dann bis nachher in die neue Season. Mahalo bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Sam. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020